Die kennen das Feeling im Rampenlicht zu stehen. Es sind, Sie können sich fast denken, Isländer. Ist das nicht schön? Ihr braucht noch gar nicht in die Bahn zu kommen und die Gäste freuen sich schon. Das kommt nämlich zu uns die Showgruppe des Vereins Island-Pferdefreunde Weller Wind. Weller Wind ist nichts anderes wie Plattdeutsch für Westerwälder Wind. Und da kommen Sie her, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie waren schon zweimal bei der Hop-Top-Show auf der Mutter der Äquitana in Essen dabei. Und Sie haben ein ganz besonderes Bild einstudiert. Damit waren Sie schon hoch erfolgreich. Und das ist das Eissherd. Und da kommt's her. Aus dem Land der Geysire, des heißen Wassers, des Eises und des Schnees. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Projekt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Projekt. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. ... 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